Hallo und herzlich willkommen! Ja, ich freue mich Ihnen die erste Live-Präsentation des Royalty Notification Networks vorstellen zu dürfen. Sie gehen einfach in Ihre App. Ganz, ganz wichtig, vorher natürlich das Update fahren. Dann klicken Sie auf Ihre App, unten rechts auf den Blitz, dann Gems, dort klicken Sie drauf und hier habe ich schon zwei einfach zum Testzwerke ausprobiert. Dann klicken Sie einfach auf Setup, stellen hier ganz einfach die Sprache ein, bei uns im Falle German, also Deutsch. Dann kommt hier einfach die Überschrift, das Jahrhundert-Tool. Unten einfach den Text eingeben oder eingespeicherten einfach einfügen, das geht noch schneller. Immer wichtig, auf dann unten rechts dann auf dann klicken, dass es gespeichert ist und hier können Sie beim Text natürlich mehr als 30 Zeichen eingeben. Es kann natürlich sein, wenn der sehr lange ist, der Text, was ich nicht empfehle, ich empfehle immer einen kurzen Text, dass es natürlich gekürzt wird bei den Anzeigen. Und dass man dann weiterklicken kann, kommt dann drauf. Hier gibt man einfach seine Webseite ein und kann dann einfach dann nochmal ein Bild auswählen. Kann man auch sein eigenes nehmen oder einer von der Auswahl, die es hier gibt und dann einfach einfügen. Und ja, man kann es jederzeit change, im Image kann man jederzeit sein Backbild wechseln und dann einfach oben rechts auf Submit. und dann ist das Ganze gespeichert, dann wird es geprüft und fertig.